Hey Leute, Achtung, neuer Plan, neues Projekt, neuer Spaß, ein Tageslied. Ich mach's jetzt schnell, zack, zack, zack. Und dann lad ich's direkt hoch. Weil vorhin ging's mir schlecht, jetzt geht's mir gut. Wieder. Und ja. Los geht's. Achtung, by a Jumbojet, it wasn't easy, but nothing it is, no. When I feel heavy metal, and I'm here and I need this. Well, I love you and I'm easy, all of the time, but I'm never sure why I need you. Pleased to meet you. Na 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 na. I got my head done. When I was young. It's not my problem. It's not my problem. Oh, when I feel heavy metal, and I'm here and I need this. When I lie and I'm easy, all of the time, but I'm never sure why I need you. Pleased to meet you. Na 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 na. La na na na. So Leute, jetzt zur Idee hinter der ganzen Sache. Also, ich, äh, ist ganz einfach. Mir ging's halt eben richtig schlecht. So eklig im Bett gelegen, mit Schüttelfrost. So, äh, geschüttelt und, äh, gefröstelt. Und, äh, und sowas. Und ich dachte mir dann, als die Besserung eintrat, so, ich mach jetzt irgendwas. Dann kam plötzlich voll die Kraft wieder. Und ich dachte mir, ja, Musik, ich sing ja gerne mal rum. Also, ich sag nicht, dass ich's, ne, gut kann. Aber ich sing halt gerne, ähm, und treller vor mich hin. Und ich mach's oft so, dass ich Lieder aufnehme. Und die zeig ich dann einfach vielleicht noch jemandem. Und ja, bla bla bla. Und dann hau ich es halt auch schon wieder weg. Weil es einfach nichts, ja, es ist halt einfach nur, täh, 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 täh. Aber ich dachte mir jetzt, ähm, ich lad das hoch. Und kann's euch zeigen. Und kann mich da voll ausleben und sowas. Und muss nicht ewig drauf warten, bis halt die anderen Lieder, wo die Texte erst geschrieben werden müssen. Wo man dann Videos machen muss und sowas. Bis, das dauert immer so lange. Ich hab ewig viele Projekte schon auf dem, auf dem PC. Von solchen Sachen, die auf jeden, die ihr auf jeden Fall noch sehen und hören, äh, werden dürft. Aber diese schnellen Sachen. Ich hab manchmal Bock, einfach irgendein Lied zu machen. Und dann mach ich das. Und das werd ich jetzt einfach dann hochladen. Das ist auch nicht großartig. Also, äh, durchdacht oder lange gepropst und einfach nur, plplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplplpl und jetzt irgendwie Bauchschmerzen, vielleicht bin ich schwanger. No, I can't be, I can't be, ja, fuck der Dummschwitzer kommt raus, oh nein, bleib drin, Mensch. Das ist die Idee hinter der ganzen Geschichte, macht irgendwas heute noch, tschüss.